In der deutschen Unterhaltungswelt erregten die beiden Topstars Beatrice Egli und Florian Silbereisen die Aufmerksamkeit von Fans und Medien, als sie vor der Kamera ihre Zuneigung zeigten. Dieser Vorfall hat eine Welle der Neugier und Aufregung ausgelöst und viele Menschen dazu veranlasst, die wahre Beziehung zwischen diesen beiden berühmten Künstlern in Frage zu stellen. Beatrice Egli, Gewinnerin der Musikal-Casting-Show Deutschland sucht den Superstar 2013 hat sich schnell zu einer der bekanntesten Schlagersängerinnen Deutschlands etabliert. Mit ihrer süßen Stimme und ihrem charismatischen Auftrittsstil hat sie die Herzen von Millionen Fans erobert. Florian Silbereisen, ein berühmter Fernsehmoderator und auch ein bekannter Sänger der Schlager im Musikbrenz E, hat sich in seiner mehr als zwei Jahrzehnte dauernden Karriere zu einer Ikone der deutschen Unterhaltungsindustrie entwickelt, die für ihren Charme und ihre vielfältigen Talente geschätzt wird. Kürzlich traten Beatrice Egli und Florian Silbereisen gemeinsam bei einem großen Musike-Fan auf. Die beiden traten nicht nur zusammen auf, sondern hatten auch intime Momente, indem sie Händchen hielten und liebevolle Blicke vor der Kamera austauschten. Dieses Bild verbreitete sich schnell in den Medien und sozialen Netzwerken und sorgte in der Fun-Gemeinde für Aufregung. Viele Menschen glauben, dass dies ein Zeichen für eine romantische Beziehung zwischen den beiden Künstlern ist. Allerdings haben weder Beatrice noch Florian dieses Gerücht offiziell bestätigt oder dementiert. Die natürliche und süße Interaktion zwischen ihnen hat jedoch bei vielen Fans große Freude und Hoffnung auf eine schöne Liebesgeschichte hervorgerufen. In den sozialen Netzwerken haben Fans ihre Begeisterung und Unterstützung für dieses potenzielle Paar zum Ausdruck gebracht. Es wurden viele positive Kommentare, Segenswünsche und Erwartungen für eine starke Beziehung gepostet. Einige Fans haben sogar Fun-Seiten und Gruppen erstellt, und diese Beziehung zu verfolgen und zu unterstützen. Derzeit ist die Zukunft von Beatrice Egli und Florian Silbereisen noch ungewiss. Ob sie tatsächlich in einer Beziehung sind oder nicht, ihr Auftreten hat vielen Menschen Freude und Aufregung bereitet. Sie sind nach wie vor beliebte und respektierte Künstler, nicht nur wegen ihres Talents, sondern auch wegen ihrer Nähe und Aufrichtigkeit zu ihren Fans. Während sie auf offizielle Informationen der beiden Künstler warten, werden die Fans weiterhin ihre Karrieren und ihr Privatleben verfolgen und unterstützen. Sicher ist, dass Beatrice Egli und Florian Silbereisen auf jeden Fall immer leuchtende Sterne in der deutschen Unterhaltungsindustrie bleiben werden. Markus' Ungerechtigkeit im Süßwarenladen Markus fühlte sich gedemütigt und ungerecht behandelt, als die Angestellten eines Süßwarenladens ihn beschuldigten, etwas gestohlen zu haben, nur weil er die leeren Verpackungen von Süßigkeiten in den Regalen fand, die er zuvor gegessen hatte. Die Angestellten bestanden darauf, dass er den Laden sofort verlässt. Tränen der Frustration und Verwirrung stiegen ihm in die Augen, als er widerwillig gehorchte. Warum wurde er nur wegen seiner Hautfarbe anders behandelt? Das war nicht fair. Sie hatten die anderen Kinder im Laden nicht beschuldigt, etwas Falsches getan zu haben, obwohl einige von ihnen für mehr Unruhe sorgten als er selbst. Wie konnten sie ihn überhaupt beschuldigen, etwas zu stehlen, von dem er sicher war, dass er es leicht bekommen konnte, wenn er seine Eltern nur gefragt hätte, wenn seine Eltern mit ihm gekommen wären, wäre das alles vielleicht anders gelaufen.